Jedes Kind Wie weit fliegt der Traum, den ich träume, wenn die Welt wie ein stilles Wasser fliegt? Und es fragt, seit wann ist die Erde unterwegs auf endlosen Bahnen durch? Die Sterne. Und manchmal frage ich mich, warum ein kalter Tag mich trotzdem wärmt? Warum ein Kuss von dir mir so viel liebt? Und manchmal denk ich daran, wohin, wenn alles brennt, die Taube fliegt, wohin der blaue Planet uns morgen bewegt? Unser Kind stellt einmal die Frage, wohin fliegt die schneeweiße Tau? Und manchmal denk ich daran, wohin, wenn alles brennt, die Erde fliegt, wie lange der blaue Planet uns noch bewegt? Unser Kind stellt heute die Frage, wie weit fliegt durch Bomben die Taube? Denn die Welt sonst glaubt schwerst, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Fliegt unser Traum von allein um die Welt, wenn wir schweigen? Stellt unser Traum, weil wir morgens früh nicht mehr leben? Denn wie bleibt fliegt ein Fieber auf der Erde, die wir lieben? Wie 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 wir lieben? Musik 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 Musik